Niemand mehr gebrauchen kann. Du willst mir etwas geben, was sonst hier niemand unten braucht, ja. Es ist alles tot hier unten. Sie gehen durch Wände. Kannst du durch Wände gehen? Nur die Lebenden benötigen noch Schlüssel für runde Türen. Schlüssel. Ja, das hört sich gut an. Bleib unten, wo du bist. Ne, warte mal. Hey, bleib hier. Wo ist denn der Schlüssel? Hm, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich mir eine Tasche deiner Überrisse nachschaue. Ach, cool, cool. Äh, warte mal. Pechfackel, zyklopisches Artefakt. Das brauchen wir wohl dafür. Aber bevor wir weitergehen, ich würde gerne nochmal da hochrennen. Vielleicht finden wir da dieses Artefakt, von dem man da sprach. Wenn ich den hier hoch... ja, okay. Wollte schon sagen, ob ich den überhaupt hier hoch kann. Aber das läuft ja ganz gut. Und dieses zyklopische Artefakt wird uns wahrscheinlich da reinbringen. Hier ist noch eine Rundtür. Okay. Und da oben bestimmt auch, ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall der Teleporter. Genau. Ne, das ist die normale Tür. Und noch so eine, okay, war jetzt zu erwarten. Gibt's... ach du scheiße, sind das viele Türen. Äh, ja. Fang mal hier oben an, wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, ne. Warte, da drüben ist noch eine. Frank. Oder? Naja, komm. Ja, super, hier kann ich anfangen. Okay, super. Bin von umsonst hochgerannt. Das konnte ich ja nicht wissen. Ähm, warte mal. Was hab ich jetzt eigentlich für Stiefel gehabt? Achso. Unglaublich. Na gut. So. Das sieht aber auch echt geil aus, gell? Das ganze Goldene. Ist echt cool. Diese Drachenrüstung da. So. Okay, ich hab gedacht, hier oben geht's weiter. Konnte ich ja nicht ahnen. Dann gehen wir mal wieder runter. Ähm. Müssen wir hier durch, oder wie? Auch nicht. Ja, wo muss ich denn jetzt hier lang? Wofür hab ich das Ding jetzt eingesammelt? Wenn ich irgendwo lang kann. Das zeigt mit da hin. Hä? Hä? Ich check das gerade überhaupt nicht. Guck mal, ich muss mal hier rein. Für eine Handvoll Dukaten. Ja, kann ich eben noch nicht machen. Finde mehr über die Tür. Gewinn des Vertrauens des Zwergs. Lange Zugang zu den Hinweisen. Alamantener Herz. Finde eine Teleporter-Scheibe. Finde einen Schlüssel. Benutze den Schlüssel. Aha. Okay. Ja. Aber. Ich weiß nicht welcher. Und wo. Das ist doch kacke. Ich check das gerade nicht. Wo muss ich denn hier rein? Wo muss ich denn hier anfangen? Ach, hier. Okay. Dann fang mal hier an. Mein Gott. Das ist ja erstaunlich. Mein Schild kann fliegen. Das schwanzer Herz aus Alamant liegt sicher verbauten hinter den Feuerfällen von Alkomosch. Aha. Wunderbar. Scheiße. Wir müssen da hin, ne? Nein, viele Punkte werden wir jetzt hier nicht hergebrochen bekommen. Das adamantene Herz. Und die Feuerfälle von Alkomosch. Wir kommen dem Geheimnis näher. Ja. Bleiben wir standhaft. Auch auf den letzten Schritten. Freilich bleiben wir standhaft. Was denkst du denn? Rüssige Wand. Aufgepasst. Ja, und du? Rüssige Wand. Toll. Kann ich nicht öffnen. Toll. Scheiße. Ich hab gedacht, jetzt können wir hier übel specialmäßig da reinbrechen. Spinnen. Da gehen wir erstmal nicht lang. Jetzt mal waren das hin. Obwohl ich glaube, da müssen wir hin. Aber hier drinnen geht es ja auch noch weiter. Da wollen wir es ja jetzt mal umgeschaut haben. Nur um zu wissen, was hier so ist. Hallo? Na, guck mal hier an. Hier können wir nochmal was herstellen. Wenn Eis. Guck mal nochmal, ob wir irgendwas finden. Was nützlich ist. Zwangsstahl, Blattgold, Edelsteine. Mhm. Boah, jetzt krieg ich mir echt alle Liste der geworfen. Das hättet ihr alles früher machen können. Ihr Schweinchen. Naja. Hier können wir jetzt noch was herstellen. Okay. Sieben mal Kohle. Das brauchen wir gar nicht mitnehmen, das Zeugs. Okay, Mensch. So, mal ein Fässchen. Steineich. Brauchen wir auch nicht. Tja. Sind wir nicht voll umsonst hier rein. Naja. Bis hier oben vielleicht noch was. Ja, nochmal zwei Fässchen. Schmiede. Mist, naja. Okay. Stahle, Kohle. Stahle, weil. Stahle. So. Neh das noch mit. Steineich. Ja, alles soll ich uns nicht mehr brauchen. Weil wir haben schon alles. Kann ich auch irgendwas mehr herstellen. Doch zwei Wundpulver. Ist hier der Wahnsinn. Ja, machen wir halt zwei Wundpulver noch. So. Und. Dann würde ich sagen, bringen wir einfach den Rest in irgendeine Truhe jetzt. Damit ich das Zeug nicht mehr rumschleppen muss. Scheiß drauf. Verkaufen ist halt nicht mehr. Wir haben ja keine Kohle. Gutes Mann, Alter. 235. Verkaufen kann ich eh nicht mehr. Oder kaufen. So, hier, hier, hier. Bring mir jetzt alles mal hier irgendwie weg. Braucht ja kein Mensch mehr. Zack, 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 zack. Jawohl. Das ist mal mit. Zweig, steigen, 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 steigen. So. Hast du noch was? Hier. Das ganze Zeug. Braucht doch kein Mensch. So. Wollen zwar ganz schön, die Schwerter, aber. So, du hast ja auch nichts mehr. Gut. Dann weiter. Dann doch zu den Spinnen. Wenn es denn sein muss. Ach. Achtbein gemisst Viecher. Naja, gut. Dann wollen wir uns mal nicht zu lange damit aufhalten. Hier zu warten und das zu verschieben. Wir gehen jetzt zu den Spinnen. Machen ein paar Spinnen kaputt. Äh. Machen wir mal hier. Schutzumroh. Können wir gebrauchen. Das hat übergeholfen. Ach, guck mal, wie schnell das geht. Das war schon tot. 40 haben sie nur. Ja, das tut doch alles ganz gut. Einfach. Das ist so. Nimm das. Da. Da. Da sind wir überhaupt keine Probleme mit dem. So ein Spinnen. So ein Witz. Das sind also die Tiefen von Bura. stein eigentlich ohne ende hier klar das bringt geld ohne ende ich weiß aber wozu soll ich das nur mitnehmen wir haben noch nichts mehr so dass es erst gestorben ist auch noch die spinnenfänge nicht mit dem sich gar nichts mehr mit es lohnt sich doch alles nicht so dass das mal Mann, der macht auch ganz schön Damage jetzt inzwischen. So mit 40 Lebensenergie ist für ihn gar kein Problem. Er trifft so viel wie jedes Mal. So wie ich es sehe. Wie groß ich bin, lebt er immer noch hier. Na los. Na komm. Na, die große. Die kleine. Und weiter geht's. Ist doch nun gar kein Problem mehr. Achso, die Spinnen, das machen wir natürlich noch kaputt. Das heißt, nicht hier einfach so stehen. Nicht, dass da noch mehr rauskommt. Das wäre ja kein Mensch. So. Dann mal weiter im Text. So, du kannst es eigentlich uns mal noch so gleich machen. Bringt auf jeden Fall was. Das hat jetzt nicht geklappt, ne? Ach, verdammt. Ich muss weiter im Moment mal warten. So. Jetzt zufrieden, Herr Bär. Ach, noch mehr. So, dann machen wir den. Das ist auch nicht Damage hier. Ach, streikt doch ein Brücher. Komm mal. Ich frisst und frisst und frisst. Ich will keine Brücher. Und er ist kein. Ja, ja. Und da und so. So, war hier noch irgendwas? Ja, hier geht es tatsächlich weiter. Da ist ein kleiner Weg versperrt. Das kleine Miststück. Na ja. Dann brauchen wir mal weitergehen. Und da sind also die Gefahren, diese Goldmeer. Billig. Ja, jetzt freue ich mich noch, ne? Und dann in fünf Folgen oder so weine ich. Weil die mir zu hart sind oder so. Nee, keine Ahnung. Moment geht's ja echt. Das Feuer muss. Aber ich nehme jetzt echt nichts mehr mit. Das lohnt sich nicht. Was ist das denn? Für eine Veranstaltung. Ach, nicht schon wieder am Möben. Kein Bock auf am Möben. Komm, mach dein Feuer. Tiefenambo ist sowieso. Ich weiß nicht, dass wir das verarschen. Das Feuer jetzt. Lass das mal vorkommen. Du hast ne Aufgabe. Macht mal. Mein Gott. Dann mögen wir sie nicht so unterschätzen. Ja, dann mal los. Willst du jetzt mal da scheiß Feuer machen? Mein Gott. Den brauchst du denn mit den Kack? Halt da, ich bin da. Ich hasse andere. Das sind echt die schlimmsten Viecher von allen. Die hasse ich am meisten. Wie haben die denn überhaupt? 100! Hör ich mir mal mit. Kannst ja nicht den Nutze so rumstellen. Hast du schon? Hast du schon. Ach so. Komm, das Vieh muss zuerst sterben. Auf jeden Fall. Ah, warum hast du nicht? Die regiert sich so schnell. Alter. Endlich. Noch eine weniger. Dann haben wir nur noch vier. Wir sind alle auf eine fest. Super. Alle benommen. Ich hasse das. Das ist das Schlimmste von allen. Och man. Welche gehen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt alle auf eine. Hast du schon geschossen? Ja, okay, wenigstens kam der Pfeil noch an. Ähm. Trall da. Hast du schon? Nee, doch. Nee. Fuck man, du brauchst keine Ausdauer. Warum denn nicht? Ah, jetzt ist er auch immer wieder da. Komm, wir müssen jetzt alle erstmal auf eine gehen hier. Ja. Jetzt fühlt sich das Ganze gar nix. Wie sieht es bei dir aus? Aufgepassen noch nichts. Komm, du musst sterben. Du musst fehlen. Sehr schön. Nächster. Recht ihren Widerstand zur Stelle. Ach. Jawohl. Ach. 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 Mann. Ach. Ach. Einfach draufschlagen. Das müsste auch möglich sein, die Mistviecher zu machen hier. Wäre ein bisschen genug benommen hier. Das dreckige Zauber. Äh... Nomm einen Heizdinger hier. Nimm mal... Ähm... Na, scheiße, ich hab kein M1-Saft mehr, aber den hat er... Jawohl.